Herzlich Willkommen zur Talk24 am 9. August. Apotheken werden vorerst kein Honorar für im Juli durchgeführte Corona-Tests erhalten. Grund ist die Änderung der Abrechnungsmodalitäten in der neuen Coronavirus-Testverordnung. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg kann das Geld für Juli erst im September abgerechnet werden. Die Sanacorp-Kooperation MEA tritt dem Zukunftspakt Apotheke von Noveda und Borda bei. Damit können bis zu 3000 Apotheken aus der Kooperation bei der Plattform ihrapotheken.de mitmachen. Sanacorp ist bereits Mitglied bei gesund.de und will künftig auf beiden Plattformen mitspielen. Laut einer aktuellen Aposkop-Umfrage können 9% der Apotheken immer noch keine Impfzertifikate ausstellen. In 31% der befragten Apotheken funktioniert der Service lückenhaft. 59% können inzwischen zuverlässig auf den Server zugreifen. Der Erfolg seines Corona-Impfstoffs hat Biontech einen riesigen Sprung bei Umsatz und Gewinn beschert. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, stieg der Nettogewinn im zweiten Quartal auf knapp 2,8 Milliarden Euro. Mehr als eine Milliarde Dosen Cominati wurden bereits weltweit ausgeliefert. Bis zum Jahresende sollen es drei Milliarden werden. Im Streit um eine Kündigung zwischen einem Apotheker und seiner ehemaligen Filialleiterin hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz dem Inhaberrecht gegeben. Der angestellten Filialleiterin war nach Schließung eines Standorts aus beruflichen Gründen gekündigt worden. Sie hatte das Angebot einer Weiterbeschäftigung in Teilzeit abgelehnt. Stattdessen klagte sie, da die Kündigung aus ihrer Sicht jemand anderes hätte treffen müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Ad Hoc 24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Ad Hoc. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.